Und? Was macht ihr in Murau? Der Joe hat hier seine Meisterprüfung und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen vorher ein bisschen Urlaub. Und nachdem es hier auch die Holzwäldtouren gibt, ist unsere Auswahl auf Murau gefallen. Ja, ich kann mich ja herumführen. Ich kenn mich da ein bisschen aus. Ist das die Pfarrkirche St. Oswald? Ja. Woher kennst sie? Ich studiere Kunstgeschichte. Können wir mal hinschauen? Von mir aus. Schön. Alle sind unterschiedlich bemalt. Sollte noch aus dem 16. Jahrhundert sein. Wie konnten die sich so lange halten? Badegegert. Nein. Es hat hier keine Kriege, aber auch kein Geld gegeben. Deshalb hat man total wenige Kirchen in den Barockstil umbaut. Weißt du, wo wir übernachten könnten? Sowas in der Art, ja? Du Joe, weißt du, was das für ein Holz ist? Das ist feinstes Eichenholz. Guten Abend.